Du weißt flexen statt schätzen! Willkommen wieder zurück auf meinen Kanal Wilder Toaster. Heute spielen wir wieder Slutty Valley 1.6 Update Part 8. Und heute will ich was cooles machen. Denn wir werden heute ein Pferd kaufen. Und ich... Die haben ja auch Federn. Das wird leicht, weil ich brauche erstmal meine Eisen-Axt. Und dann habe ich das fertig. Also wir sollen uns gleich bei Clint. Und... Alter! So, danke. Stahl-Axt! Heute ist fertig diese großen Bäume. Ähm, ich habe jetzt ganz kurz den Riff-Basch gefangen, weil den kann man nur... Den kann man nur beim Regenwetter fangen. Also, haben wir schon mal einen Fisch in unserer Kategorie. So, weil wir jetzt eigentlich diese Axt haben... Können wir hier durch... Geh du erstmal weg... Äh... Wow. Wow. Du, 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 du. Mahagoni? Oh ja, man. Hm. Wo ist das denn? Hier ist ja gar nix, oder? Ach nee, da. So. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber ich nehme das noch nicht auf. Oha! Na ja, dafür haben wir eine Sache. Oh! Ich habe keine... Ja. Ich tricke jetzt meine Mayonnaise, Alter. Alter. Mein Vater! Was macht mein Vater da? Hier sind geile Pilze. Ähm. Schaffe ich's? Schaffe ich's? Oh, ich habe es geschafft. Okay. Wow. Ähm, wenn wir schon mal hier sind, kann ich nicht angeln. Oder... Ich will meine Mayonnaise nicht trinken. So. Weil ich jetzt diese zwei schönen Mahagonisamen habe, pflanze ich die hier hinten ein. Die sind wichtig. Die blicken Welt. Hallo? Hallo? Mhm. Und? Hallo? Ähm. Warte. So. Aber jetzt gehe ich schlafen. Verletzter Beleiter. Oh. Ja. Ja. Oha. Oha. Diese Feder, die ist ja mega viel wert. Ich sollte hier aufhören. So. Es regnet wieder. Heute ist gutes Glück. Nice, Mann. Leckere Tomate. Das heißt, ich gehe heute in die Mine, aber erstmal den Zauberer umarmen und dann noch Dinos, okay? Ich glaube, ich gehe doch nicht in die Mine. Ich werde den Oktopus versuchen zu fangen. Ähm. Und. Ja, wir sehen uns einfach. Okay. Ich habe den Oktopus nicht gefangen, weil ich schlecht bin. Aber ja, wir haben... Oh Mann. Ich wollte jetzt den Fernkaufen. Ne? Oh. Machen wir morgen. Oh, das weiß ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, dann gehen wir morgen in die Mine, wenn wir schon... Ja. Okay. Wir sehen uns einfach. Boah. Fett Holter. Äh, nee, warte mal. Nee, das ist ja falsch. Das muss, äh, Gemeinschaftszentrum. Hm. Wir sind noch nicht fertig. Helles Bier. Oh Mann, jetzt muss ich noch Weizen. Oh, okay. Wir sehen uns gleich bei... Robin, ja. Hm. Wo ist das denn? Hm. Hm. So, fertig. Ähm, ich platziere es... Ähm... Wow. Platziere ich es? Ähm. Ich platziere es einfach hier. Fertig. Mhm. So. Jetzt gehe ich in die Mine arbeiten. Ich habe jetzt in der Mine gear... Oh Mann. Hört mich nicht wieder. Ich habe jetzt wieder in der Mine gearbeitet. Und... Sonst habe ich noch mit den Zauberern gesprochen. Das heißt... Sag mal. Ne, warte mal. Das schmisse ich hier hin. Hier, das hier. Und den Rest kann ich verkaufen. Wow. Oha. Und... Und ich muss morgen Emily so eine Rotbar beschenken. Oder geben. Hm, ja. Ich weiß nicht, was man... Oh Mann. Nein, 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 nein. Hm. Hm. Fangkuchen. Ah, geil, Mann. Ich weiß das schon. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. ist das fertig alles ist fertig man ich habe es aber ich habe mir jetzt so gut gegeben und jetzt muss ich noch mal die mine aber dann gehe ich wieder ich möchte dann weg so ob es wie kein noch zu levis bitte okay versuch was wert ich jetzt schlafe und wir sehen uns im nächsten tag aber ich muss jetzt richtig so und wenn ich jetzt gleich nach draußen gehe sehen wir ein pferd na das ist cool es ist ja irgendwo mysteriöse pakete aufkauft die gewinnkarte kann ich leider nicht einlösen weil ich die brauche für sonne okay und ja ich werde wohnen ich nicht nein doch nicht okay nein machen wir nicht heute ich werde jetzt erst mal zum zauber ich habe ich mal so ich habe ganz kurz den waldspringer geangelt und jetzt gehen wir zu linus ok wir gehen jetzt zu willi ich habe wieder ist hier bitte vielleicht ist oh mein go wow willi bitte bleib hier willi wo auch immer du bist komm her wo ist jetzt willi wo auch immer hier wo auch immer noch was ist Na. Ich gehe jetzt schlafen, Alter. Game over. Achso. Hä? Als ob Mond so viel... Oh, Mann. Wow. Ja, geh weg. Mhm. Okay. Wow. Wow. Die sind fertig. Wow, okay. Was muss ich machen? Ich muss... Ja, okay. Ich verkaufe die erst mal. Ne, ich brauche die nicht. Hm, die brauche ich auch nicht mehr. Ich arbeite. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Oh, Alter. Oh, Alter. Alter, okay. Ähm, ich habe nur mal die... Höhnerstall aufgelevelt. Und... Oh, wie ist das nicht alle? Und dann noch, äh... Ein paar Bäume gefällt, aber... Wow, Mann. Oh, Mann. Willi. Nein, Willi. Oh, ich habe eine Wälderbicke. Hä? Äh. Was willst du damit? Nein. Ähm. Ich muss gar nicht zu Willi. Ja, Mann. Cool. Willi, wo bist du? Ja, 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 cool, oder? Kann ich hier noch einen? Ich habe neue! Okay, warte mal. Ey, ich lasse mit dem Skelett. Ey, das sieht süß... Das sieht gut aus, Mann. Alter, das ist cool. Ja, okay. Ich werde jetzt, ähm, Brümmen fällen. Was ist das? Dieses Wochenende im Sommer vom 20. bis 21. Beleicht seine Süßwasserkenntnisse und Gewinnere Preise. Piss nicht gegen die in der Nähe überschinnen. Okay. also ja okay ich weiß jetzt was ist das denn auf einmal so buch gefunden oder was das zwei bücher ja klar mann ja mann geil mann dann doch mit 44 dinge ins herzen ich jetzt schlaf natürlich habe ich aus versehen missklickt und jetzt bin ich erschöpft und gleich fach ich auf nur mit das ist das schöne und dann buchen lässt auch hier da okay der sommer ist bekannt für die der blitzer na geht weg mann er verpasst euch mal ich brauche ich nicht einfach ich brauche mal so was macht denn heute also erstmal ich kann heute nicht angehen muss das hier machen also richtig ich habe es nicht geschafft diese fünf zu töten und es war ja jedes tag ja cool man soll man das denn schaffen ein tag gotcha Was ist das? wow ja ok richtig wenig geld ja ja